Atemprobleme, Arztbesuche und unzählige Untersuchungen. Das gehört zum Alltag von Lungenkranken. Mehr als 500 Millionen Fälle von Asthma und COPD gibt es mittlerweile weltweit. Das Linzer HealthTech Lung Diagnostics sorgt nun für eine Revolution. Dank des auf KI-basierenden Lungentestsystems Ludi können bereits in frühen Stadien Lungenkrankheiten diagnostiziert und Krankheitsverläufe kontrolliert werden. Da die heutige Funktionsdiagnostik sehr kompliziert ist und gerätetechnisch sehr aufwendig ist, haben wir bei Ludi uns das Ziel gesetzt, durch einfaches durchatmen, zwei Minuten durch das Gerät atmen und sammeln von Daten mit nachgeschalteter KI entsprechende Diagnosevorschläge zu liefern und dem Arzt wie auch dem Laien einfach ein Bild für die weiteren Maßnahmen zu geben. Das Testsystem macht es erstmals möglich, dass Atemmechanik und Atemchemie in einem einzelnen mobilen Gerät synchron gemessen werden. Bei der Produktentwicklung von Ludi stand nicht nur der Standard ISO 13485 für die Herstellung von hochqualitativen Medizinprodukten im Mittelpunkt. Ein weiteres Thema ist die Sicherheit des Geräts und für uns der Standard ISO 60601 daher eine klare Leitlinie für die Produktion und Umsetzung des Produkts. Standards sind für diese Innovation aus dem Health-Tech-Bereich wichtig, da sie dazu beitragen das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu stärken und Ludi den Zugang zum Markt zu erleichtern, auch international. Vergleichbare Diagnosen, die durch den Ludi entstehen sollen und durch die KI dann auch bestätigt werden, schaffen die Voraussetzungen, dass Patienten zu frühen Zeitpunkten diagnostiziert werden können, aber auch dann zu frühen Zeitpunkten richtig behandelt werden. Das schließt aus, dass Fehldiagnosen zu Fehlbehandlungen führen können, die für das Gesundheitssystem sehr kostspielig sind. Durch die einfache, schnelle Diagnostik ist Ludi das ideale Produkt für Ärztinnen und Ärzte, die die Lungenfunktion überwachen und sich auf individuelle Therapien fokussieren möchten. Das steigert die Lebensqualität und setzt neue Maßstäbe für die Zukunft. Wir wollen durch den Ludi erreichen, dass die Lungenfunktionsprüfung hoffentlich weltweit standardisiert werden kann, indem die gleichen Parameter bei Menschen gemessen werden, egal ob sie sich jetzt in Nordamerika, Südamerika oder in Europa oder auch in Asien befinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wobei-2017 Untertitelung des ZDF, 2020